Wir haben ja alle Fässer gesammelt von ganz der Schweiz und Deutschland, wo alle älteren 70 Jahre alt sind, also die Vielbrauerei, die gerne noch mehr existiert. Hier fangen wir mit Dösen. Die Whiskyfässer wollen eigentlich die Geschichte extra hier von 5 Generationen erben, weil ein Fass geht nicht kaputt, wir werden nur die Tauben auswechseln. Die Fassdumor wird immer zusammengesetzt zum Fass und wenn eine kaputt geht, wird man die ersetzen. Dann ist das Fass noch geäucht worden und hat es weitergebraucht. Und so hat sich über die Jahrzehnte von jeder Generation das Bier gesammelt, sich abgesetzt, den Extrakt ins Holz hineingesogen, das Wasser verdampft und der Extrakt ist weggeblieben. Die Idee war schon, dass ich eigentlich auch kein Whisky machen wollte, sondern den Extrakt von 5 Generationen Arbeit extrahieren und zusammenfassen. Für die einzige Möglichkeit gibt es überhaupt weltweit und wenn sie 5 Generationen Arbeit extrahieren, zusammenfassen, jenem Produkt.